Die T-Serie Kameras sind besonders effizient und benutzerfreundlich. Dank unserer intuitiven Bedienoberfläche, die sich über den Touchscreen oder über einfache Tasten streuern lässt. So gelangen Sie schnell zu den Parametereinstellungen, zur Farbpalettenauswahl, den Bildmodi und den in der Kamera integrierten Messwerkzeugen. Die Bedienung ist genauso einfach wie bei Ihrem Smartphone. Mit den programmierbaren Tasten können Sie schnell Ihre meistgenutzten Funktionen aktivieren und die Kamera individuell an Ihre Arbeitsweise anpassen. Wenn Sie zusätzlich Licht ins Dunkel bringen müssen, genügt ein Tastendruck, um die helle LED-Arbeitsleuchte zu aktivieren. Mit dem integrierten Laserpointer können Sie Problemstellen auf den herkömmlichen Digitalfotos markieren und dadurch zusätzlich dokumentieren. Schreiben Sie Notizen auf dem Touchscreen, nehmen Sie Sprachkommentare mit dem Bluetooth-Headset auf oder zeichnen Sie etwas in einem gespeicherten Bild. Einige T-Serie-Modelle sind zusätzlich mit GPS und einem Kompass ausgestattet. Speichern Sie einfach entsprechende Ausrichtungs- und Standortdaten mit dem Bild und lesen Sie diese über die Tools-Software automatisch mit aus. Und das sind nur einige der vielen integrierten Funktionen der T-Serie, die Ihre Produktivität nachhaltig steigern.